Unser Leben besteht aus Entscheidungen und oft aus den Falschen. Wie oft hast du etwas gewählt, das sich im Nachhinein als Fehler entpuppte? Doch was, wenn du nie wieder eine falsche Entscheidung treffen müsstest? Dieses Hörbuch nimmt dich mit auf eine Reise zu einem unfehlbaren Entscheidungskodex, der seit Jahrhunderten in den Weisheiten der Stoiker schlummert. Hier geht es nicht um Perfektion, sondern um Klarheit und Gelassenheit, auch inmitten des Chaos. Lerne, mit Entschiedenheit und innerem Frieden zu handeln. Beginne jetzt und entdecke die Macht, die richtige Wahl zu treffen. Jedes Mal. Willkommen bei Stoische Zeiten. Dein Kanal für mehr Gelassenheit, Selbstkontrolle und Lebensglück. Abonniere uns jetzt und aktiviere die Glocke für noch mehr lebensbereichernde Inhalte. Schreibe jetzt bitte Genügsamkeit oder ein kurzes Feedback in die Kommentare und schaue auch gerne in unserem Shop vorbei. Danke. Kapitel 1 Der Blick nach innen Finde deine wahre Motivation Jede Entscheidung beginnt mit einer Frage. Warum will ich das? Oft stecken fremde Erwartungen und alte Muster dahinter, die uns leiten und täuschen. Die Stoiker wussten, dass Klarheit nur entsteht, wenn wir die eigenen Werte genau kennen. Nur so kannst du sicherstellen, dass du Entscheidungen triffst, die wirklich zu dir passen und nicht bloß zu dem, was die Welt von dir verlangt. Markus Aurelius schrieb Der beste Weg, sich nicht in die Irre zu führen, ist, sich selbst zu kennen. Doch wie oft wird der eigene Wille von unbewussten Ängsten oder äußeren Einflüssen überschattet? Ob Familie, Karriere oder Alltag. Jeder Bereich fordert Entscheidungen, die tief in deine Werte eingreifen. Du musst wissen, ob du nur deinen Stolz schützen willst, deine Komfortzone nicht verlassen möchtest oder die Anerkennung anderer suchst. Nimm dir in entscheidenden Momenten bewusst Zeit. Reflektiere dein Warum, am besten schriftlich. Frage dich ehrlich, geht es mir um Wachstum oder nur um Bequemlichkeit? Strebe ich nach echtem Glück oder nach oberflächlichem Lob? Notiere deine Gedanken und überprüfe, ob sie im Einklang mit deinem persönlichen Kompass stehen. Dieser Blick nach innen ist der erste Schritt zur Klarheit. Die Freiheit, das Leben nach deinen Regeln zu gestalten, entsteht, wenn du deine eigenen Absichten durchdringst und hinterfragst. Handeln aus dieser inneren Klarheit heraus wird dich aufrichten und dir die Sicherheit geben, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen, die dir gehören. Kapitel 2 Meistere die Kontrolle Fokussiere das Wesentliche Oft scheint unser Leben durch äußere Ereignisse bestimmt, als hätten wir nur wenig Einfluss auf die Dinge um uns herum. Doch die Stoiker lehren, dass nur ein kleiner Teil wirklich in unserer Macht liegt. Epiktet sagte, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Ansichten, die wir von den Dingen haben. Diesen Gedanken zu verstehen ist entscheidend. Es ist die Art, wie wir auf das Leben blicken, die uns Ruhe oder Unruhe bringt. Stell dir vor, du triffst eine schwierige Entscheidung und dabei spielt eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle. Erwartungen, Meinungen, Ängste. Was bleibt jedoch übrig, wenn du alles weglässt, was außerhalb deiner Kontrolle liegt? Nur das, was du direkt beeinflussen kannst. Deine Handlungen, deine Einstellung und deine Werte. Alles andere, das Verhalten anderer, das Wetter, die Wirtschaftslage, entzieht sich deinem Einfluss. Dein Fokus sollte daher nur auf dem liegen, was in deiner Hand liegt. Das Wesentliche in deinem Leben zu erkennen und dich darauf zu konzentrieren, wird dich von unnötigen Sorgen befreien. Ein römischer Feldherr, der in den schwierigen Kämpfen gegen aufständische Provinzen stand, erzählte einmal, dass ihn die Siege über die eigenen Ängste und Unsicherheiten mehr Überwindung kosteten als die Schlachten selbst. Sein Geheimnis lag darin, seinen Geist auf das zu richten, was ihm tatsächlich möglich war und das zu akzeptieren, was er nicht ändern konnte. So war er auf das Wesentliche fokussiert und konnte seine Entscheidungen ruhig und bedacht treffen. Frage dich bei jeder Entscheidung, liegt diese Sorge wirklich in meiner Macht? Lerne dich von den Dingen zu lösen, die dich nur ablenken und deine Energie schwächen. Entwickle eine Gelassenheit, die dich durch die unvermeidlichen Unsicherheiten des Lebens trägt. Du wirst merken, wie deine innere Stabilität wächst und du aufmerksamer für das wirst, was wirklich zählt. Nur wer den Unterschied zwischen kontrollierbarem und unkontrollierbarem erkennt, findet den klaren Weg durch die Herausforderungen des Lebens. Kapitel 3 Die klare Vision Entscheide mit dem Ende im Blick In einer Welt voller Ablenkungen ist der klare Blick auf das Wesentliche oft getrübt. Wie oft haben wir uns von kurzfristigen Gewinnen verleiten lassen, nur um später den Preis dafür zu zahlen. Die Stoiker lehren, jede Entscheidung mit Weitblick zu treffen, nicht für den Moment, sondern für die Ewigkeit. Bedenke die Dinge in ihrer Gesamtheit, rät Markus Aurelius. Ein Gedanke, der dich von impulsiven Entscheidungen bewahren kann, indem du dir das langfristige Ziel bewusst machst. Stell dir vor, du triffst eine Wahl und blickst bereits heute auf die Folgen in einem Jahr oder gar in fünf Jahren. Wie könnte dein Leben aussehen, wenn du dich der kurzfristigen Versuchung entziehst und Entscheidungen triffst, die deinem wahren Ziel dienen? Diese Art des Denkens schärft deinen Blick für das, was wirklich von Dauer ist und eliminiert das Flüchtige und Oberflächliche. Ein junger Soldat im alten Rom, geplagt von der Versuchung, einen schnellen Aufstieg zu ergreifen, wandte sich einst an seinen Mentor, den Philosophen Seneca. Dieser erinnerte ihn daran, die Entscheidung mit der Langzeitperspektive zu betrachten, die Fähigkeit, nicht nur den heutigen Tag, sondern das gesamte Leben zu sehen. Der Soldat nahm sich diese Worte zu Herzen und entschied sich, auf die waghalsigen Möglichkeiten zu verzichten, die ihm Risiken gebracht hätten. Sein Mut, dem schnellen Ruhm zu widerstehen, machte ihn später zu einem geachteten Feldherrn. Frage dich bei jeder Entscheidung, wie werde ich in einem Jahr darauf zurückblicken? Dies gibt dir die Fähigkeit, geduldiger und strategischer zu denken. Nimm dir vor, das Leben mit einem klaren Ziel und einer Vision zu gestalten, die über den Tag hinausgeht. So gewinnst du nicht nur die Klarheit des Augenblicks, sondern die Weisheit der Weitsicht. Du entscheidest mit dem Ende im Blick, und das gibt dir die Stärke, den Herausforderungen und Verlockungen des Lebens gefasst entgegenzutreten. Kapitel 4 Werte Kompass und Prioritäten Lege deinen persönlichen Kodex fest. Jede Entscheidung, die du triffst, wird von deinen Werten gelenkt. Doch oft sind es fremde Ideale, die unbewusst in dein Leben greifen. Der Stoiker Seneca sagte einmal, nur wer seine Prinzipien kennt, ist in seiner Haltung unerschütterlich. Diese Worte tragen eine Wahrheit, die dir als Orientierung dienen kann. Wenn du den Kurs deines Lebens bestimmen willst, musst du deinen eigenen Wertekompass kennen und ihm folgen. Stell dir vor, du stehst an einer Weggabelung und nur ein klarer Kompass kann dir den Weg zeigen. Doch dieser Kompass ist nicht aus Metall. Er besteht aus deinen Überzeugungen, aus dem, was für dich wirklich zählt. Werte wie Integrität, Mut, Bescheidenheit oder Weisheit prägen deinen inneren Kompass und geben dir Halt, wenn das Leben von dir Antworten fordert. Die Entscheidung, ehrlich zu dir selbst zu sein und dich nach deinen Werten zu richten, wird zum Schutzschild gegen Zweifel und Unsicherheit. Ein römischer Händler, dessen Geschäfte blühten, hatte die Möglichkeit, sein Vermögen zu verdoppeln, doch dafür hätte er seine Werte verraten müssen. Nach langem Überlegen entschied er sich gegen den Reichtum und für seine Prinzipien. Seine Integrität wog für ihn schwerer als der Gewinn. Dieser Mann wusste, Wohlstand, der seine Überzeugungen untergräbt, bringt ihm kein Glück. Seine Geschichte zeigt, wie stark ein fester Wertekompass dich in stürmischen Zeiten machen kann. Um deinen Kodex zu finden, nimm dir Zeit und frage dich, was ist mir unverhandelbar wichtig. Erstelle eine Liste mit Werten, die dir in den letzten Jahren am Herzen lagen. Prüfe sie und frage dich, ob sie wirklich aus deinem Inneren stammen oder ob sie von anderen übernommen wurden. Setze dir Prioritäten und definiere deinen inneren Kodex, indem du dich fragst, welche Prinzipien dich leiten sollen. So wirst du merken, wie dein innerer Kompass immer klarer wird. Ein fest verankerter Wertekompass ist mehr als eine Entscheidungshilfe. Er ist dein Navigationsinstrument für das Leben. Nur wenn du dir deiner Werte bewusst bist, wirst du in Momenten der Ungewissheit feststehen und den Weg erkennen, der wahrhaft zu dir gehört. Kapitel 5 Die Kraft der Ruhe Finde deine innere Stabilität Inmitten der Turbulenzen des Lebens gibt es einen Ort, den nur du betreten kannst. Die Stille deines eigenen Geistes. Für die Stoiker war dieser innere Rückzugsort entscheidend, um Ruhe und Klarheit in schwierigen Momenten zu bewahren. Wer Herr über sich selbst ist, wird nicht von den Stürmen des Lebens erschüttert, lehrte Epiktet. Doch wie findet man diese Ruhe, wenn alles um einen herum ins Chaos zu stürzen scheint? Stell dir vor, du bist ein Kapitän auf stürmischer See. Du kannst die Wellen nicht beruhigen, doch du kannst das Schiff stabil halten. Diese innere Stabilität entsteht nicht durch das Vermeiden von Herausforderungen, sondern durch das Annehmen der Dinge, wie sie sind. Sobald du lernst, deine Gedanken zu lenken und die Unruhe zu bannen, gewinnst du die Kontrolle über dich selbst. Dabei hilft dir eine einfache Technik, die Beobachtung deiner eigenen Gedanken. Eine alte Übung der Stoiker bestand darin, das eigene Denken wie von außen zu betrachten. Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, schließe die Augen und lass deine Gedanken vorüberziehen, ohne auf sie einzugehen. Erkenne, dass du nicht deine Gedanken bist, sondern ihr Beobachter. So findest du Ruhe, auch wenn dein Umfeld laut und hektisch ist. Markus Aurelius schrieb seine Meditationen in den Nächten, in denen die Verantwortung des Römischen Reiches auf seinen Schultern lastete. Er wusste, dass wahre Stärke nicht von äußeren Umständen abhängt, sondern von innerer Gelassenheit. Diese Ruhe, die aus Selbstbeherrschung erwächst, erlaubt es dir, mit klarem Kopf zu entscheiden und impulsives Handeln zu vermeiden. Wenn du dir diese Ruhe bewahrst, wirst du auch in stressigen Zeiten deinen Kompass nicht verlieren. Nimm dir in hektischen Momenten Bewusstzeit, atme tief ein und lenke deine Aufmerksamkeit auf dein Inneres. Durch diesen Anker der Gelassenheit wirst du merken, wie sich der Sturm legt und dir Raum für überlegte Entscheidungen bleibt. Innere Ruhe ist deine stärkste Waffe gegen das Chaos der Welt. Sie schützt dich vor überstürztem Handeln und lässt dich den Kurs deines Lebens besonnen wählen. Kapitel 6 Zweifel als Verbündete Wandele Unsicherheiten in Weisheit Zweifel sind oft die Schatten, die uns begleiten, wenn wir am Scheideweg stehen. Doch Zweifel sind keine Feinde, vielmehr sind sie ein Zeichen dafür, dass wir über uns selbst und unsere Entscheidungen nachdenken. Der Stoiker Seneca lehrte, Zweifel sind der Beginn der Weisheit. Wer die Unsicherheit meistert, wird die Klarheit finden, die andere suchen. Stell dir vor, du stehst am Rande eines Abgrunds. Der Weg ist nicht klar, die Zukunft scheint unsicher. In diesen Momenten zeigt sich, dass Zweifel uns dabei helfen können, die Dinge klarer zu sehen. Sie sind wie ein warnender Freund, der uns vor unüberlegtem Handeln bewahren möchte. Doch was, wenn man diesen Freund zu einem Mentor macht, statt ihn als Hindernis zu sehen? Eine Technik, die dir hilft, ist das stoische Prinzip der gedanklichen Prüfung. Wenn du zweifelst, setze dich bewusst hin und überlege, was genau verursacht meinen Zweifel? Ist es eine berechtigte Sorge oder nur eine flüchtige Angst? Notiere dir deine Gedanken und betrachte jeden Zweifel aus der Perspektive eines Beobachters. So lernst du, die wichtigen von den unwichtigen Sorgen zu trennen. Eine Geschichte aus der stoischen Philosophie erzählt von einem jungen Krieger, der vor einer entscheidenden Schlacht stand. Geplagt von Zweifel suchte er den Rat eines weisen Philosophen. Der Weise sagte ihm, er solle sich den Sieg vorstellen, aber auch das Scheitern. Beide Möglichkeiten durchdenkend erkannte der Krieger, dass der Zweifel ihm half, sich auf die wichtigsten Punkte zu konzentrieren und sich der eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden. Durch diese Reflexion nahm er nicht nur die Unsicherheit an, sondern ließ sich von ihr zur Stärke führen. Wenn du dich dem Zweifel stellst, lernst du seine Hinweise zu nutzen, um deinen eigenen Weg zu gestalten. Mache es dir zur Gewohnheit, Unsicherheiten nicht als Hindernisse, sondern als Chancen zu sehen. Denn jedes Mal, wenn du einen Zweifel durchdenkst, gewinnst du an Selbstkenntnis und Weisheit. Nutze die Kraft des Zweifels, um dich vor impulsivem Handeln zu bewahren und tiefer zu Zweifel sind deine Verbündeten auf dem Weg zu klaren, starken Entscheidungen. Kapitel 7 Die Entscheidung ohne Reue Handle mit innerer Überzeugung Entscheidungen, die wir aus innerer Überzeugung treffen, sind wie ein Fels in der Brandung. Sie bleiben standhaft, selbst wenn die Wellen der Zweifel an ihnen nagen. Markus Aurelius sagte, Handle stets so, dass du nicht bedauern musst, was du entschieden hast. Dieser Gedanke birgt einen Schlüssel zur wahren Freiheit. Nur wer aus tiefem innerem Wissen handelt, wird sich nie selbst verraten. Stell dir vor, du stehst an einem Wendepunkt in deinem Leben und triffst eine Entscheidung, die dir sowohl Angst als auch Hoffnung einflößt. In diesem Moment spürst du vielleicht den Druck, der von außen auf dich einwirkt, die Meinung lehrten, dass wahre Entscheidungen immer von innen kommen müssen, aus einem Kern an Überzeugung, den keine äußeren Umstände erschüttern können. Eine Methode, die dir hilft, ist das Entscheidungsritual. Bevor du handelst, nimm dir eine Minute und frage dich, steht diese Entscheidung im Einklang mit meinen tiefsten Werten? Erinnere dich an den inneren Kodex, den du geschaffen hast und überprüfe, von Entschlossenheit und lasst den Zweifel los. Eine Geschichte aus der Antike erzählt von einem weisen Ratsherren, der vor einer Entscheidung stand, die ihm entweder Wohlstand oder Ansehen kosten würde. Nachdem er seine Werte geprüft hatte, entschied er sich für den Weg der Ehre, wissend, dass sein Ruf ihm mehr bedeutete als Geld. Jahre später, als er auf diese Entscheidung zurückblickte, empfand er weder Reue noch Bedauern, nur Zufriedenheit und inneren Frieden. So entsteht die Freiheit, die in den Entscheidungen ohne Reue liegt. Auch du kannst diesen Zustand erreichen, wenn du aus deinem tiefsten Überzeugungen heraus lebst. Mache dir klar, dass jede Entscheidung, die deinem wahren Selbst entspricht, dich stärkt und dir das Gefühl von Beständigkeit und innerer Freiheit schenkt. Handle stets so, dass du nicht bedauern musst, was du tust. Auf diesem Weg wirst du erfahren, was es bedeutet, aus innerer Überzeugung zu leben und mit der Kraft der Entschlossenheit dein eigenes Leben zu gestalten. Schlussgedanken Die Kraft wahrer Entscheidungen liegt in der Klarheit und Ruhe, die sie uns schenken. Durch den Kodex, den wir gemeinsam erkundet haben, hast du Werkzeuge, Entscheidungen, die tief in deinen Werten verwurzelt sind, führen dich zu innerer Freiheit und verhindern Reue. Denke stets daran, dass die Ruhe in dir selbst zu finden ist, nicht in den Umständen. Ich lade dich ein, deinen persönlichen Kodex täglich zu leben und ihn mit dem Tagebuch der Reflexionen weiter zu vertiefen. Beginne heute und setze deinen Weg mit innerer Klarheit fort Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Stoische Zeiten. Zuhören